Das Böse aus meinem Herzen Das Böse aus meinem Herzen zu vertreiben, wie wäre es mit meinem Kampf? Jetzt haben Sie es. Schon in der Schule war der Weltausbeste Zeichner meiner Klasse. Ich muss nur noch die Aufnahmeprüfung für die Akademie der schönen Künste bestehen. Ich wurde nicht genommen. Ach. Schön. Grüß Gott. Sie sehen gar nicht jüdisch aus. Mein Blut ist rein wie Treibschnee. Ihr Stamm einer Rasse zählt wie Leder, flink wie Grubstahl und hart wie Windhunde. Maul, Adolf. Ich will schlafen. Ich will kein Maler mehr sein. Das war nur ein taktischer Trick für Dunkelkopf. Ich will was ganz anderes. Zum Beispiel? Die Welt. Du solltest in die Politik gehen. Die Masse, die ist wie ein Weib. Du musst dir aufhieren, du musst dir schmeicheln, du musst dir was bieten, was ihr gefällt. Damit sie dir gefügig wird. Unser liebes Fräulein Gretchen. Der alte Jud hat sie verhext. Ein schneller Krieg wird alle unsere Probleme lösen. Wir müssen uns gegen die Judenverschwörung organisieren. Wo ist das Scheißbuch? Ich werde dastehen mit einer riesen Peitsche und all diese Menschen ans Ende der Welt treiben. Ich werde dastehen mit einer riesen Peitsche. Ich werde dastehen mit einer riesen Peitsche.